Und da sind wir auch wieder bei Fallout 4 in diesem Häuschen waren wir ja schon bei wieder alles raus zu räumen und da machen wir auch direkt weiter mit. Handtücher, das können wir alles nicht. Was will er denn laufen mit dem Verlegen vom Kabel hier? Das habe ich doch schon gemacht. Geht ein auf den Pisser. Was war das noch? Warte, ach da. Ein Stehlämschen. So, den Rest lassen wir erstmal. Ich glaube jetzt dürften die Häuser auch schon so langsam leer sein alle, ne? Weiß nicht, ob wir hier schon? Ne, hier waren wir auch noch nicht drin, ne? Wir kriegen hier noch so viel Krempel, Leute. Aber ist ja auch gut, dass wir das haben. Ich finde das ja auch besser, wenn wir das wieder alles neu aufbauen. Und ich freue mich schon richtig auf den Hausbau. Also wenn wir bei diese, da vorne zum Beispiel diese Fundamentstellen, wenn wir uns näher erstmal wirklich auch richtig selber noch ein Häuschen bauen, wird bestimmt noch richtig cool. Aber, äh, dazu kommen wir ja erst später. Ich meine gut, wir könnten jetzt auch schon mal nebenbei sowas machen, aber ich würde ganz gerne erstmal wenigstens alles, äh, rausräumen, aufräumen, wie auch immer. Und dann können wir das Ganze in Ruhe alles angehen. Zack. Würde ich sagen, wäre auch das Beste eigentlich irgendwo, ne? Der, den hatten wir schon geknackt, ne? Ja. Der ist leer. So. So. Das geht doch ruckzuck vorwärts hier. Haben wir doch gleich wieder leer, das Häuschen. Sauerstofftank. Egal, alles weg hier. Die Poster würde ich ganz gerne irgendwo anders machen. Aber das scheint wohl nicht zu gehen. Naja, man kann nicht alles haben, ne? Komm, weg. Das können wir nicht rausnehmen. Das können wir lassen. So, entkehrend. Komplett entkehrend. Das Haus hier hinten hatten wir ja schon, ne? Weiß das auch immer alles gar nicht mehr. Ja, doch, das sieht ziemlich leer aus. Genau, da war die, die Bude, wo das hier nicht wegging. Hm. Stimmt, stimmt, stimmt. Naja, gut. Was war das hier noch? Ein alter Baum. Oh, sieht cool aus mit die... Geschütz... Dinger da oben drauf, ne? Auch noch Müll. Naja, was heißt Müll? Holz halt, ne? Was will er denn jetzt hier laufen mit... Ja, ist doch dran, ey, ja. Guck doch. Die Kabel sind doch dran, ey. Was will er denn jetzt laufen von mir? Oder steht hier drinnen noch ein Fernseher? Dann können wir den Fernseher erstmal in den Gange bringen. Äh... So, ein Fernsehsieg hier nicht. Nein. So. Kerzen. Können wir natürlich nicht wegnehmen. Heizkörper. Alles raus. Es wird alles... Wir richten uns da ja auch richtig schön ein. Muss ich bin doch immer so der Typ, äh... Ich mach lieber immer erst... Ehen fertig. Ich fang nicht gerne irgendwie zwei, drei Sachen gleichzeitig an. Das weiß ich nicht. Mag ich nicht so wirklich. Ich hab wirklich lieber immer erst... Eine Sache fertig. Und dann ist es gut. Wir räumen hier auch wirklich nur auf... Die letzten Folgen schon, ne. Aber wie gesagt, das ist, äh... Wird jetzt auch erstmal... Denk ich mal eine ganze Weile noch so bleiben. Dass wir hier, äh... Ziemlich viel noch aufräumen und halt neu hinbauen und... Und... Ich hoffe, das stört euch nicht. Aber wie gesagt, das hört... Das... Gehört halt zum Spiel mit Zoom. Meiner Meinung nach. Und ich finde das ja auch eine richtig coole Sache, dass das... Geh doch mal beiseite hier. Mensch. Zack. Ich finde das eine richtig coole Sache, dass man sowas alles... Nein! Dass man sowas alles machen kann hier. Da haben sie echt nochmal schön den draufgesetzt. Coole Sache. Power-Rüstungsstation. Ne, brauchen wir noch alles, ne. Irgendwann. Genau, da waren die ganzen Werkbänke hier. Eigentlich könnten wir die doch hier positionieren, ne. Nebeneinander. Guck mal, das größte oder dickste Ding. Was war denn das hier? Das ist die Waffen-Werkbank. Labor. Und das? Rüstung. Die Werkbank... Also die Rüstungsstation. Könnten wir doch eigentlich, äh... Direkt... Direkt hier. Würde mir ganz gut gefallen. Passt das? Würde passen, ne. Ein Stück weiter nach vorne. So, ne. Ist das schön dicht dran, ne? Jo. Schön dicht dran an der Wand, ne. Da kann die doch schon mal stehen bleiben, ne. Haben wir hier gleich die... Für Rüstung. Dann ist ja hier diese... Station dafür. Ach, das können wir auch wegnehmen. Betonziegel. Na komm, nimm weg den Scheiß. So, hier haben wir dann... Für Waffen gleich. Die würde ich dann ganz gerne hier hinstellen. Wenn das geht. Ah, das ist scheiße wegen der... In die Flasche, ne. Aber wir stellen die dann doch hier hin. Passt auch nicht so wirklich, ne. Ist doof. Das ist scheiße. Dann sollen die... Hey, komm. Platinosia, ne. Guck mal, wie weit wir die da drin stellen können. Halt, das war zu weit. So, wie sieht denn das aus? Die müssten wir eigentlich nur noch ein bisschen weiter... Ein Stück zurück. So. Gut, dann steht der Gastank da halb drin, aber... Sieht eigentlich noch... Relativ normal aus, ne. Lassen wir auch erstmal da so. Hosen hier oben vorne. Bei der Werkbank. Auch hier. Und die stellen wir uns denn... Passt noch genau hier neben. Würde ich die ganz gerne stellen. Passt nicht. Oder was? Ne, passt gar nicht. Hm. Das ist blöd. Dann müssen wir vielleicht doch... Die hier weg. Vielleicht müssen wir dann... Passt die denn hier? Auch hier noch. Wieso brauchen die so viel Platz? Verstehe ich nicht, warum die so viel Platz brauchen. Oh, das hat doch... Hallo. Oh, das hat doch hinten. Und das ist vorne. Ne, kann ja nicht, ne. Doch. Das stand falsch rum, ne. Oder was? Oder wie? Können wir das denn vielleicht doch hier hinstellen? Ich verstehe nicht, warum das Ding so viel Platz braucht. Das ist doch nicht größer als das Teil hier. Naja. Ja. Das soll mal einer verstehen. Zack. Ja, weiß ich auch noch nicht, wo wir die denn... Ne, halt, das ist hinten. Das muss hinten sein. Na klar. Dann stellen wir die doch halt erstmal, wie es ich... Ja, komm. Lassen wir erstmal hier so stehen. So dicht wie möglich am... So, geht das noch? Ein Stück zurück, ne. Sieht sonst doof aus, ne. So. Jo. Kann man auf jeden Fall erstmal so lassen. So. So. Was machen wir denn jetzt? Hier steht noch ein Briefkasten. Weg. Komm, den knochigen Baum hier. Weg. 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 Wollte auch mal ganz gerne wirklich probieren jetzt hier... Wände zu bauen. Das mach ich auch mal. Warte, ich glaube, ich muss gleich niesen. Strukturen war das, ne. Genau. Metall. Muss ja nicht sein unbedingt, ne. Nehmen wir erstmal Holz. Böden. Wände. Das soll Holz sein? Mhm. Komische Holzwände. Wände. 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 Das sind doch keine Wände. Das kannst du doch kein erzählen. Okay, hier gibt aber echt ne Menge, ne. Ach, genau. Die sahen doch eigentlich noch relativ... ...normal aus, ne. Hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. In irgendeinem Furien-Part, ne. Was machen wir denn? Zack. Ist das denn jetzt gerade? Mensch. Doch, sieht eigentlich relativ gerade aus, ne. Zack. Ja, da hab ich mir nämlich fast gedacht. Haut gar nicht hin. Dann haben wir da jetzt ne Lücke. Scheiße. Oder wir müssen das denn hier halt... Das ist ja hier vorne. Mit so'n kleinen Vorstand machen. Äh... Das heißt den ganzen... Äh... Ramsch weiter nach hinten. So. Das sieht noch gerade aus, ne. Wenigstens so, so halbwegs gerade. So, zack. Das ist ja das Gute, dass die dann hier wenigstens so ranzwitchen. Und dann... Ja, müssen wir sowieso erstmal... Ich mach erstmal die Seite. Müssen wir erstmal gucken, ob das hinten überhaupt dann auch hinhaut. Zack. 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 So. Dann wollen wir mal gucken... Ob das hinten auch... Hinhaut. Mensch, um der Ecke will ich hier. Mach da nicht. Mach da nicht. Baut da nicht an. Der... Switcht immer gleich wieder da ran. Nein! Wenn ich den erst abstell... Riecht unnötig, ne? Ne. Kacke. Das ist ja richtig scheiße gerade. Wie mach ich das denn jetzt hier? Hm. Das ist blöd. Das ist richtig... Das scheiße ist das, ey. Da geht er einfach nicht ran. Warum nicht? Oder müssen das Metallwände sein? Da das vielleicht nur mit... Mit... Metallwänden geht? Das kann natürlich auch noch möglich sein, ne? Ja. Leute, äh... Weiß ich nicht. Müssen wir dann halt irgendwie in der nächsten Folge gucken, ob ich das irgendwie geschissen kriege. Kann ja nicht sein. Oder ich probiere das erstmal offline. Irgendwie, äh... Ich probiere das erstmal aus. Ich will euch ja nicht wieder langweilen mit meinen... Ständigen... Hin und her hier. Und dann haut das nicht hin. Und dann... Wir probieren hier bloß die ganze Zeit umher. Im Let's Play. Ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache, ne? Will euch ja was zeigen. Okay. Aber... Wie gesagt. Das probieren wir dann in der nächsten Folge aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Also wir können nicht sehen. Wir müssen...